So! Dankchen! Dankchen! Ich bin noch hier, Casafranz Jijibool! Die Mordestadt! Oh, geht noch gar nicht los! Wahrscheinlich lädt der gleich ab und dann nehme ich wieder 10 Minuten auf, ohne dass was passiert ist. Warte, schlange! Ja, schlange, schlange, ne? Eigentlich könnt ihr doch aufgehen. Ich meine, wenn die da rausgehen... Jaja! Guck mir sowieso irgendwie einer auf hier rein. Mann, jetzt... Wenn wir irgendeinem Pfosten nicht klicken, müssen jetzt alle warten, oder was? Ja! Jetzt! Gut! Ja, vielleicht war ich noch am Abputzen oder so. Kann ja so sein. Ich war so am halbababdrücken und da dachte ich, Scheiße, ich muss rein! Und hat vergessen, Scheiße, ich war noch am Abdrücken und, ne? Jetzt hat er seinen Stuhl verschmiert. Oh, jetzt muss man ja wieder hier. Ach, warte mal, ich muss dieses blöde Knochen ausstellen. Ja? Wo bin ich denn hier? Ey, ich stehe mitten in der Luft. Ne, jetzt schwebe ich so langsam runter. Was? Was ist das denn? Siehst du das? Ne, ich stehe in der Luft, ich bewege mich gar nicht. Hm. Hier gibt's hier keinen Kno. Das ist das erste Mal, dass ich hier, äh, mit was anderem unterwegs bin. Jetzt stehe ich wieder vorne. Ich bringe mich in die Arena. Arena. Aber sag mal, Pets, die in der Leiste keinen Knochen hatten, die hatten das doch so ein Buch angehe, oder? Ja. Ich glaube, ich meine nicht, dass ich das hier finde. Doch, das musst du doch noch haben. Nee. Doch. Es ist dort nicht. Doch. Warte mal, vielleicht beim Begleiter. Tatsächlich, Knurren. Gut, ja, Mann, ich guck ja sonst nicht rein da. Ich hab das Knurren so... Ja, auf zu lachen. Ich hab das Knurren so halt immer in der Pad-Leiste, wenn ich mit meinem... Ja, so schön. So, komm, bock, bock. Ja, ich muss erst mal quatschen. Hm. Sehr frohes Mittagungsbedürfnis, ne? Hm. Guck mal, hier stehen drei Grund. Sein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Oh, oh, oh. Jetzt lecken sie sich hin. Jason. Wie geht's! Let's tanken hier! Juhu. Ich hab übrigens 13 Frames. Was ist das denn ? 13 Frames? D-Shirt- banyak. Hier gibt es aber auch so keinen Keinen Ablauf, ne? Wer zuerst umnietet da oder so? Das ist wahrscheinlich unklar, oder? Ja, jetzt ist er sowieso Am Anfang war das bestimmt Achso, als es noch neu war Ach guck mal, die verrecken einfach mit, wenn Wenn der stirbt Ach, warte mal, ich wollte noch Hier, ich nehm noch so, ohne Achso, der Kargat muss ja auch noch, deswegen kann man nicht Weiß der Kargat? Ne, doch, Kargat So Und diese Skalabay Ja, dass man sich überspringen kann Oder wenigstens sich das System irgendwie merkt Für die Leute, die schon drin waren hier, dass sie sich dann... Okay, dann müssen die, die noch nicht drin waren, dass sie trotzdem anhören Oh Gott Wie sie alle fallen da hinschmeißen Guck mal, mach mal, mach mal, mach mal Guck mal, dieser Totenschädel, den hab ich gar nicht beachtet Auf dem Boden, die? Genau, die Ja, der Schaden ist auch relativ gut hier Okay, das ist ja alles auch normal, ne? Trotz allem Ja, was will der von mir? Geh weg, Mann, geh weg! Ich glaube, der mag dich nicht Der mag den auch nicht Geh auch nicht zu ihm Ich will extra weg von ihm Ich will wieder zu diesem Arnold Genau die Brain auf Kaul Ich bin irgendwie hier frangen Tö, du bist fast klar Ach, scheiße Hä? Und das sind 100 Ich guck mir das Video mal mit an Hm? Weiter Wolltet uns einsperren, Barbara Ihr könntet uns nie kontrollieren Wachen, haltet die noch Hm? Fühlt ja alle wachen hier Mach diese Stadt dem Erdboden gleich Die Steine gehören uns Alles soll in Dunkelheit versehen Ein Schweinschen Er war gerade schon langes Video, ey Ja? Jetzt geht er wieder ins Portal Kämpft ihr schon, oder was? Ja Geht Boss? Nee Geht Knack So Ach, deswegen bin ich der Einzige, der hier noch rumsteht Whatever Wie geht's da draus hier? Durch den Tunnel? Hier? Ja Ey, was macht ihr? Wieso kämpft ihr schon? Ja Komm ich hier noch rein? Bisschen, bisschen Lärm, ne? Ich hoffe, du musst runterspringen Ja, ich wollte das Video halt mal sehen Geronimo Mein Pad ist nicht da Leckt mich Das habe ich, dass sie Jedes Mal, wenn ich da runterspringe Dieses verkackte Pad ist nicht da Man ist halt ohne Pad Mein Gott Was ist das beknackte Pad, ey Nicht das Ding, also rät jetzt Pulto Ja, ich hab mir gebraucht Das geht doch auch schnell Ist ja insane Sterb Nicht schon wieder ein Video, oder? Was habe ich bekommen? 640 Jahre Oh, mein Pad ist doch schön Hier ist der Letzte dann, ne? Mhm Wupp Der macht nicht mehr das Sperrfeuer Doch Was doch? Ich fragte, wer er Ja, klar Ja, hier sind alle so offen Pff Irgendwie müssen wir aus dem Mob rausziehen Tuck Sterb Stürb du Arsch So, jetzt aber ja Das war dieses Spur und Ding, oder? Äh Achso, da geht's aber da wieder aufmachen Was geht jetzt alles so schnell, dass man sich hier ganz umschauen kann Neue Augenhöhe Neue Augenhöhe Neue Augenhöhe Neue Augenhöhe Zerker und Schlitz Oh, da sind ja noch mehr Ja, mein Gott Mhm Ich will ein Kind Das ist doch cool, wenn man so eine Maschine wählt Die Flammenwerfer sind Mundschluss. Wir werden verschlungen, Rögtung! Lass die Waffen fallen und flögt ihn auf das Schiff! So. Okay, ihr dürft's. Ich bin fertig, ja. Mhm. Okay. Wo ist das? So, hinter mir. Diese Flammen wäre fast sinnlos. Na, eigentlich schon. Das ist gut, du brauchst nicht noch. Der hört nicht auf, ne? Echt? Der nächste bitte. Wo ist er? Das ist ja wohl wie du immer rüberkriegst, jesu. Das ist ja wohl wie du immer rüberkriegst. 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 Ich weiß, dass du nicht keysistieren. Zack. Sack! Kabo. Brechenvolles, gezicktes Kartenspiel. Das klingt immer gut, das muss. Hat so viel Schrott in den Taschen. Da ist es. Was war drin? 190 Gold. 208 gold. Du hast immer mehr als ich, wie du so. Ja, okay. Ich bin sofort. Gut, auf zum nächsten. Tschüss. Ciao.